Hallo Leute, wir spielen heute im Livestream. Fasten sind leid weiter. Voll ein bisschen geupdatet. Wir sind weiterhin auf der Mission, den Crystal Cruiser freizuschalten. Musst mir das gleich nochmal angucken, wie ich das machen soll. Habe viele Aufnahmen von denen, die wir vorher gemacht haben, verloren. Aber in diesen Aufnahmen ist zum Glück nichts passiert. Von daher, es sei mir verziehen, wir haben die irgendwie in großer Art und Weise einen Erfolg gehabt. Aber wir machen weiter. Wir versuchen weiter in den Crystal Cruiser freizuschalten. Natürlich wird das Ganze auch wieder auf YouTube hochgeladen. Ich werde auch den Chat wieder mit einblenden. Heißt, wir werden da alle irgendwas von haben. Gut. Ich hoffe, ihr seid dabei. Das Ganze geht um 12.45 Uhr los, sag ich mal. Und dann spielen wir das für circa 1-3 Stunden. So um den Dreh rum. Gut. Wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Wenn nicht, dann bleibt heute weg. Und dann warten wir auf das nächste Video von mir. Wollte ich mal sagen. Das übrigens gerade gerendert wird. Stage 6, die finale Stage, wird entweder heute oder morgen hochgeladen. Aber für heute erstmal wieder als Entschädigung. Wieder einen kleinen Stream. Machen wir mal. Und das ist wirklich nur ein kleiner Stream. Also 1-3 Stunden. Also wer vorbeigucken möchte, gerne. Wenn es gut läuft, dann machen wir länger. Wenn es nicht so gut läuft, dann machen wir halt kürzer. Gut. Ich erwarte euch. Tschüssi, tschüssi. 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 Tschüssi.